In Braun legt er super los. Hier ein perfekter Angriff über Samia Lagui, Neuzugang und Assis Buadus veredelt die ganze Sache. 22. Minute, Assis Buadus trifft zum 1 zu 0 gegen den. Im Anschluss Flipper im 16-Meter-Raum der Bremer. Assis Buadus nutzt diese Verwirrung und nagelt den Ball rein. Also Doppelschlag für den besten Torschützen aus der vergangenen Saison. Da erzieht er ja schon 15 Treffer. Hier das Siegtor gegen...